Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, City-Schuhe, Glocks, Hausschuhe, Gummischliefe, Freizeitschuhe, Sandals, Lippen, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Bisslenschuhe. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuhplus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörferden. Schuhplus, einfach große Schuhe. Es ist Dienstag, der 13. März. Hier ist FAN, das Magazin. Im Studio Christian Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und das sind heute unter anderem unsere Themen. Giftfass in Hamburg entdeckt. Kampfmittelräumdienst muss Fass aus der Elbe bergen. Der Heisenhof in Dörferden. Weiterhin Chaos um Abriss des Gebäudes. Und Gewinne, Gewinne, Gewinne. Eurojackpot startet auch bei uns in Deutschland. Viele Menschen mussten schon einmal ihre Wohnungen räumen. Der Grund, Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg, die entschärft werden müssen. In Hamburg kam jetzt aber etwas ganz anderes zu Tage. Bei Aufräumarbeiten in einem Stichkanal der Elbe wurde ein mysteriöses Fass gefunden. Und mehr über den Inhalt des Fasses jetzt von Petra Heisen. Ein stechender Geruch strömte aus dem schwarz lackierten Fass. So stark, dass die Schiffsbesatzung der Aufräumtruppe auf dem Stichkanal in Hamburg sofort die Einsatzkräfte alarmierten. Ein Großaufgebot der Feuerwehr, darunter auch Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes, versuchten so vorsichtig wie möglich das Fass zu bergen. Wir haben jetzt also dieses geborgene Fass in ein sogenanntes Überfass unter schweren Artenschutz- und Chemikalienschutzanzügen verbracht. Wir werden also jetzt eine Probe ziehen. Und wenn diese Probe dann analysiert ist, können wir unser weiteres Vorgehen abstimmen. Zurzeit besteht hier irgendwas für die umliegenden Anlieger und für andere Personen keine Gefährdung. Wenn es dann wirklich Chlorsulfonsäure sein sollte, ist diese Chlorsulfonsäure im Zweiten Weltkrieg zum Vernebeln der Hansestadt genutzt worden. Aber wie gesagt, ob es diese Chlorsulfonsäure ist, können wir erst abschließend nach einer Analyse bewerten. Für die Bevölkerung bestand zwar keine Gefahr, dafür aber für die Einsatzkräfte. Zwei der Arbeiter klagten nach dem Pfund des Fasses über Atemwegsreizungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist aber stabil. Und jetzt für Sie weitere Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen im Überblick. Zum ersten Mal gibt es jetzt eine Studie über unseren Umgang mit Lebensmitteln. Und die fällt ernüchternd aus. Jeder Bundesbürger wirft pro Jahr im Schnitt 82 Kilogramm Lebensmittel in den Müll. Insgesamt werden damit jährlich knapp 11 Tonnen Lebensmittel als Abfall entsorgt. Mehr als 60 Prozent der Abfälle stammen aus dem Privathaushalt, der Rest von Großverbrauchern und der Industrie. Zum ersten Mal in seiner Amtszeit besuchte Umweltminister Norbert Röttgen das marode Atommülllager Asse. Dabei stellte er klar, die giftigen Fässer müssen entsorgt werden, egal was es kostet. Bis 1978 wurden in der Asse 126.000 Atommüllfässer abgekippt. Mittlerweile läuft seit Jahren Grundwasser in den ehemaligen Salzstock. Eine Bergung würde nicht nur mehrere Milliarden Euro kosten, sondern könnte auch Jahrzehnte dauern. Und auch was mit den giftigen Fässern passiert, ist noch nicht geklärt. VW kommt seinem großen Ziel, bis 2018 weltweiter Branchenführer zu werden, immer näher. 2011 fuhr Volkswagen einen Rekordgewinn von 15,8 Milliarden Euro ein. Das ist mehr als doppelt so viel wie noch 2010. Und auch die Mitarbeiter werden den Rekordgewinn spüren. Die Tarifbeschäftigten der Volkswagen AG in den sechs westdeutschen Werken werden mit einer Prämie von 7.500 Euro brutto belohnt. Fast 90 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach Angaben des Betriebsrates ist es die höchste Erfolgsbeteiligung, die der Konzern seinen tarifgebundenen Mitarbeitern bislang gezahlt hat. Gleich zwei Einbrüche hielten die Polizei im Kreis Pferden in Atem. Zum einen wurde in Pferden-Dauelsen in eine Bäckerei eingebrochen, zum anderen in einen Nettomarkt in Dörrpferden. Der Schaden in der Bäckerei überstieg dabei deutlich den Wert der Beute. Anders sieht es in Dörrpferden aus. Über das Dach verschafften sich die Einbritter Zutritt in den Lebensmitteldiscounter und machten sich mit einem Brecheisen und einem Winkelschleifer am Tresor zu schaffen. Die Beute mehrere tausend Euro und Zigaretten. Soweit für Sie das Wichtigste aus Niedersachsen und Bremen im Überblick. Es ist eine dieser Geschichten, die kein Ende zu nehmen scheint. Und das, obwohl eigentlich alles klar sein sollte. Der Heisenhof in Dörrpferden, der soll abgerissen werden. Das hat der Besitzer des Geländes auch schriftlich. Doch er versucht mit allen Mitteln den Abriss zu verhindern. In der Bevölkerung weiß keiner so richtig, wie der Stand der Dinge momentan ist. Dag Nevenbefeld bringt ein wenig Licht ins Dunkle. Altehrwürdiges Gebäude oder Schandfleck der Gemeinde. Der Heisenhof in Dörrpferden spaltet die Gemüter. Rund acht Jahre ist es her, dass der verstorbene NPD-Bundesvize Jürgen Rieger das alte Offiziersgelände im Landkreis Pferden gekauft hat. Es folgte ein langer Rechtsstreit. Letztendlich hat der Kreistag Pferden sich durchgesetzt. Das Ergebnis? Abriss. Der Heisenhof sollte so schnell wie möglich verschwinden. Aus der landschaftlichen Idylle genauso wie aus den Köpfen der Menschen. Doch das will der neue Besitzer Rüdiger Meier mit allen Mitteln verhindern. In den alten Gebäuden, da haben wir das Leben drin. Wenn man sich die Gebäude anschaut, die Deckenhöhen, die Türen, die Bögen und so weiter. Das ist die Schönheit. Der Abriss wurde angeordnet, als die Gebäude noch der rechtsgesinnten Wilhelm-Tietchen-Stiftung gehörten. Um die ungeliebten Nachbarn von dem Gelände zu entfernen, wurde der Denkmalschutz des Heisenhofes aufgehoben. Ein cleverer Schachzug. Nach aktueller Rechtslage darf auf diesem Platz künftig kein Gebäude mehr stehen, geschweige denn neu gebaut werden. Meier hat den Komplex 2010 gekauft. Mit allen Rechten und Pflichten. Dazu gehört auch der Abriss. Meier denkt aber nicht daran, die Gebäude abzureißen. Er hat große Pläne mit dem Gelände. Pläne, die er aber noch nicht verraten möchte. Ich gehe nicht mit dem Sattel in der Hand zu einem Rodeo, gehe in den Stall und sehe, dass ich ein totes Pferd reiten soll. Das geht nicht. Wir wollen das Gespräch führen, denen zu sagen, was wir wollen und dann wird man es verstehen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Wenn wir heute damit rauskommen, dann gibt es einen Wendehals. Und das möchten wir alles verhindern in einem Gespräch, dass man weiß, wer wir sind. Seit die Kaserne geräumt wurde, waren die Mauern Wind und Witterung schutzlos ausgesetzt. Das Anwesen verfällt zusehends. Besonders schade ist es um die ehemals denkmalgeschützten Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Sie sind noch relativ gut erhalten und könnten renoviert werden. Dafür muss aber erst ein Konzept her. Meier versichert, eins zu haben, aber Details nennt er nicht. Für zusätzliche Verwirrung sorgt, dass Meier immer noch nicht im Grundbuch eingetragen ist. Er hat nach eigener Aussage geplant, den Heisenhof an die Stadt zu verschenken und sich deswegen nicht eintragen lassen. Ein Geschenk, das aber keiner haben will. Denn der Hof ist mit der Abrissverfügung ein Minusgeschäft. In der Gemeindeverwaltung Dörferden wartet man vergeblich auf Investoren und Konzepte. Bürgermeisterin Karin Meier tut der Abriss der alten Gebäude leid, aber sie will Planungssicherheit, bevor sie die Akte Heisenhof wieder aufschlägt. Wir wollen ja nicht nur Ideen hören, sondern wirklich ganz konkrete Vorhaben. Es kann ja nur so sein, dass Herr Meier möchte, dass wir das Grundstück in irgendeiner Hinsicht beplanen für ein ganz konkretes Vorhaben. Und dieses konkrete Vorhaben mit einem konkreten Investor, darüber haben wir noch nie irgendwas gehört oder gelesen. Und von daher gibt es im Augenblick für uns, wie gesagt, keinerlei Gesprächsbedarf, weil an Fakten nichts vorhanden ist. Ihre Skepsis beruht auf der Erfahrung einer Nachbargemeinde. Auch hier hatte Bauherr Meier Großes vor. Er kauft ein baufälliges Schulgebäude in dem beschaulichen Ort Neddern-Affernbergen. Die Vision von Meier war es, die Schule in einen voll ausgestatteten Tagungsort zu verwandeln. Doch daraus wurde nichts. Seit 2006 liegt das Gebäude nun brach. Ein Schutthaufen mitten im Herzen des Dorfes. Bürgermeister Wolfgang Rodebald versteht den großen Missmut der Anwohner, die hier leben. Es sollte dort nach meiner Kenntnis einmal ein Tagungs- und Hotelzentrum entstehen. Das ist aber schon Jahre her. Der Eigentümer hat das Gebäude, wie man so schön sagt, entkernt. Man sieht ja die Schutthaufen noch vor den Fenstern und Türen und jetzt bewegt sich seit Jahren gar nichts mehr. Natürlich ist es ein Schandfleck im Dorf und alle Neddener sind natürlich nicht erbaut über diesen hässlichen Anblick. Beim Heisenhof wollen die Verantwortlichen so ein Flop mit allen Mitteln verhindern. Landrat Peter Bohlmann war damals einer der stärksten Befürworter des Abrisses. Eine Entscheidung, zu der er nach wie vor steht. Die Abrissverfügung, die ist rechtskräftig. Das bezog sich schon auf den Vorbesitzer, auf die Wilhelm-Titien-Stiftung. Und Herr Mayer hat dieses Grundstück in dem Wissen gekauft, dass er dort eine Abrissverfügung drauf liegt. Weder Bohlmann noch Bürgermeisterin Mayer sind bereit, ohne konkretes Angebot den Abriss zu stoppen. Eine Situation wie in Neddern-Affernbergen soll sich hier nicht wiederholen. Solange Visionär Mayer seine Pläne also nicht offenlegt, wird es keine Gespräche geben. Zumindest ein Faktum in diesem Wirrwarr. Wir halten Sie natürlich in Sachen Heisenhof immer auf dem Laufenden. Erst vor wenigen Wochen hat in Spanien ein kleines Dorf mit 250 Einwohnern 100 Millionen Euro beim Lottospielen abgeräumt. Ein wirklich spektakuläres Ereignis, das weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Ein solcher Traumgewinn, der könnte theoretisch jetzt auch in Deutschland wahr werden. Denn ab nächster Woche kommt der neue Euro-Jackpot mit einer Höchstgewinnsumme von 90 Millionen Euro. Für Lottospieler gibt es also neue Hoffnungen, um den Jackpot zu knacken. Wer Glück im Spiel hat, aufgepasst. Ab dem 17. März gibt es ein neues Lotto-Angebot, den sogenannten Euro-Jackpot. Neu ist, die Chance auf den Jackpot ist doppelt so hoch. Für zwei Euro pro Tipp gibt es jede Woche in Deutschland und sechs anderen europäischen Ländern einen Jackpot von 10 Millionen Euro. Und erstmalig in Deutschland einen Höchstgewinn von bis zu 90 Millionen Euro. Gute Neuigkeiten für Lottospieler. Insgesamt spielen hierzulande derzeit rund 15 Millionen Menschen regelmäßig Lotto. Also früher habe ich nie Lotto gespielt, aber vor rund einem Jahr hat mein Onkel mal im Lotto gewonnen und seitdem spiele ich regelmäßig. Ja, ganz selten spiele ich Lotto und einmal habe ich sogar was gewonnen, waren irgendwie nur 20 Euro, aber das hat mich noch ein bisschen motiviert, auch weiterzumachen. Lotto spiele ich eigentlich nur, wenn was im Jackpot ist und ganz viel dann auch. Neues Spiel, neue Regeln. Beim Euro-Jackpot werden nicht mehr sechs aus 49, sondern sieben Kreuze gemacht, fünf aus 50 und zwei aus acht. Wer alle sieben Zahlen richtig angekreuzt hat, kann mit dem Hauptgewinn von bis zu 90 Millionen Euro rechnen. In den neuen zwölf Gewinnklassen fallen aber auch mehr kleinere Gewinne an als im klassischen Lotto. Neue Regeln, neues Glück. Mit Euro-Jackpot bieten wir eine Lotterie in sieben Ländern in Europa an und erreichen damit eine Bevölkerungszahl von rund 175 Millionen Einwohnern. Damit können wir wesentlich größere Gewinne den Spielteilnehmern bieten. Darüber hinaus haben wir eine viel schnellere Abwicklung. Wir werden am Freitagabend nach der Ziehung sofort eine Auswertung der Gewinnränge und Gewinnquoten vornehmen, sodass jeder Spielteilnehmer noch am späten Freitagabend weiß, was er mit seinen richtigen drei, vier, fünf richtigen, was auch immer, gewonnen hat. Und er kann dann am nächsten Morgen in seine Annahmestelle gehen und sich den Gewinn auszahlen lassen. Ziehung und Bekanntgabe der Gewinnzahlen vom Euro-Jackpot finden im Vergleich zum gängigen Lotto am Mittwoch und Samstag sogar nur einmal wöchentlich statt. Jeden Freitagabend heißt es dann also, Daumen drücken für den achtstelligen Millionengewinn. Dann mal viel Glück beim Tippen. Glück brauchen auch viele Tiere aus Niedersachsen, denn sie suchen noch ein neues Zuhause, vielleicht ja auch bei Ihnen. In wenigen Minuten gibt es für Sie wieder die FAN-Tierbörse. Also bleiben Sie dran. Es gibt Sneaker, Boots, Stiefel, Halbschuhe, Pumps, Ballerinas, City-Schuhe, Glocks, Hausschuhe, Gummischuhe, Freizeitschuhe, Sandal, Slipper, Stiefeletten, Arbeitsschuhe, Bängelschuhe. Aber nicht in Ihrer Größe? Dann kommen Sie zu Schuhplus, eines der größten Versandhäuser Europas für Schuhe in Übergrößen. Ob Damenschuhe von 42 bis 47 oder Herrenschuhe von 46 bis 55. Entdecken Sie die Vielfalt in unserem Webshop auf www.schuhplus.com oder besuchen Sie unser Spezialgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörrferden. Schuhplus. Einfach große Schuhe. Willkommen zurück. In Deutschland leben mehr Haustiere als Menschen. Egal ob Katzen, Hunde, Vögel oder Nagetiere, wir Menschen lieben unsere Begleiter. Doch manchmal trennen sich aus verschiedensten Gründen die Wege von Mensch und Tier. Und dann suchen die Tiere natürlich auch ganz schnell ein neues Zuhause. Und bei der FAN-Tierbörse, da finden Sie eins. Und dazu begrüße ich jetzt wieder an meiner Seite Heidi Seekamp vom Tierheim Pferden. Und natürlich sind Sie nicht alleine, Frau Seekamp. Wen haben Sie uns denn heute mitgebracht? Ja, heute habe ich den Baxter mitgebracht. Ein circa einjähriger Kater. Und ich hoffe, dass wir vielleicht auf diesem Weg auch sein altes Zuhause finden, weil dieser Kater ist mit Chip gekommen, aber leider nicht registriert. Und vielleicht wird ja durch die Sendung vielleicht sein Besitzer aufgeweckt, der bei uns mal vorbeischaut. Ja, Sie haben gerade gesagt, Baxter ist gechippt, aber leider bringt das nichts. Warum? Wie kann das sein? Ja, der Chip hat einfach nur eine Nummer, die man ablesen kann mit einem Lesegerät. Und dann wird bei Atasso, werden die registriert mit dem Besitzer und deren Adresse. Jetzt habe ich natürlich, wenn ich ihn ablese, nur die Nummer. Ruf bei Atasso an oder guck ins Suchregister und finde keine Adresse. Und dann ist leider auch das Chippen, was ja beim Tierarzt bezahlt wird, hinfällig, wenn die Adresse nicht angegeben wird. Richtig. Viele vergessen es auch bei einem Umzug. Dann haben wir die alte Adresse vielleicht, aber lange noch nicht den Besitzer. Und vielleicht wird er ja jetzt gesehen durch die Sendung und dass er wieder nach Hause kann. Er ist nämlich aus Euten gekommen und ist seit dem 28. Februar bei uns. Also auch noch relativ frisch bei Ihnen sozusagen, also noch nicht sehr lange. Wie ist denn Baxter von der Persönlichkeit her? Also wir sehen auf jeden Fall schon auch schmusig. Unheimlich, ja. Also er liebt das. Also er kann wirklich das, glaube ich, stunderrund ertragen. Also das heißt so Kinder, wo auch viel los ist im Haushalt. Vielleicht auch ein Spielpartner, ein Artgenossen. Das ist alles, der ist also ziemlich problemlos. Er sollte allerdings ein bisschen Freigang haben, weil wir davon ausgehen, dass er den auch vorher hatte. Und dann, sonst ist es immer schwierig, wenn die dann nur im Haus bleiben müssen, dann neigen die natürlich auch dazu, mal an den Fenstern zu kratzen und das kaputt zu machen. Richtig. Also Freigang sollte er ein bisschen haben. Richtig. Also er ist aber jetzt auch bei Ihnen in Pirheim, also funktioniert mit anderen Katzen alles gut und es ist kein Problem. Er mag andere Katzen, ja, auf jeden Fall. Er sucht den Kontakt auch selber. Er ist auch sehr verspielt und so, aber auch lässt sich also wirklich gerne streicheln, sucht die Streicheleinheiten. Also ziemlich unproblematisch. Ist es denn oft so bei Ihnen, dass zum Beispiel auch Katzen gefunden werden, die vielleicht einen Chip haben und trotzdem dann nicht ihren alten Besitzer wiederfinden? Ja, ab und zu kommt das vor. Und dann immer, wenn es vergessen wird, das zu registrieren. Eben halt bei der Tasso oder einer anderen Stelle. Aber die größte ist somit die Tasso. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man Baxter verloren hat, den möchte man ganz schnell wieder zurückhaben. Vielen Dank an Heidi Seekamp aus dem Tierheim Pferden. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, der Baxter, das ist doch meine Katze oder Sie sagen, ich möchte ihm ein neues Zuhause geben, dann rufen Sie bitte einfach unter der unten eingeblendeten Nummer an oder noch einen Tipp. Schauen Sie doch einfach mal persönlich beim Tierheim Pferden vorbei, denn Sie wissen, noch viel mehr Tiere suchen bei uns in Niedersachsen ein neues Zuhause. Kommen wir nun zu einem wirklich ganz anderen Thema, nämlich zu den Themen Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Wenn wir uns in die heutige Zeit mal anschauen und zurückrechnen, so 20, 30 Jahre und das vergleichen, dann fällt auf, wir sind ziemlich offenherzig geworden. Nackte Körper und Sex sind in den Medien schon lange kein Tabuthema mehr. Und Kim Julian Rathjen wollte von Ihnen wissen, finden Sie, die Medien sind zu freizügig geworden? Ja, liebe Zuschauer, seit 1986 gibt es Sie jetzt schon, das Girl von Seite 1 in der Bild-Zeitung. Damit ist jetzt aber Schluss, denn am 9. März konnte man Sie das letzte Mal bewundern. Ist das vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung? Gibt es zu viel Freizügigkeit und Sex in den Medien? Wir sind der Sache mal auf den Grund gegangen. Ich finde es im Moment eigentlich noch nicht so viel, gerade in Musikvideos finde ich es total okay. Das sind die Sänger, die das zu entscheiden haben, wie ihre Videos rüberkommen sollen. Was ich gut finde, ist, dass jetzt in der Bild diese Frau auf dem Cover runtergenommen wurde. Das finde ich in Ordnung. Das gehört nicht in irgendwelche Toto-Lotto-Shops oder so, wo auch kleine Kinder rumlaufen. Das finde ich nicht gut. Ich würde jetzt die Moralapostel anprägen. Ich würde sagen, dass selbst in den Medien, in den Musikvideos, wenn die da so freizügig rumlaufen, gerade für die jungen Leute unter uns, die das schon sehr intensiv verfolgen, finde ich jetzt nicht so ein tolles Vorbild ist, wenn eine halbnackte Frau mit Schönheitsidealen rumlaufen und die diese verfolgen. Die vielen Bettzellen stören mich zum Beispiel. Oder wenn sich ein Paar trifft, dass sie dann gleich in die Ecke rennen oder sich noch an der Tür die Sachen vom Leib reißen, dann ist mir ein bisschen viel. Das soll ja ein bisschen Zeit haben, es soll ja Spaß machen und nicht so, zack, bumm. Die Sexualität in den Medien wird meistens dazu benutzt, um Männern zum Beispiel zu demonstrieren, du musst jetzt ein schickes Auto haben, du musst jetzt teuren Schmuck haben, um bei Frauen anzukommen. Und die Männer kaufen das. Zum Beispiel, finde ich da ein ganz gutes Beispiel, ist dieses Axtprodukt. Du kaufst Axt, du wäschst dich mit Axt und die Frauen fallen von Himmel und dir zu Füßen. Das ist meine Meinung dazu, nicht gut. Ich finde es einfach schade, dass dadurch das Thema Sex, was eigentlich was Schönes ist und oft irgendwie, oder wird oft schmutzig gemacht, sage ich mal. Ich finde es schade, es ist eine Sache zwischen zwei Leuten oder so und was echt schön ist. Und gerade Jugendliche und sowas verlieren dadurch, finde ich, so diesen, weiß ich, den Bezug zum Gefühl einfach. Sie sind ja nicht nackt, die haben ja alle was an, das ist ja alles noch ästhetisch. Ich würde es auch machen, so mich frei anziehen und ich finde es schön. Ich bin nur manchmal ein bisschen besorgt, wenn ich junge Mädchen sehe, dass sie einfach mir zum Teil zu freizügig schon sind, wo ich denke, sie glauben, das ist normal und quasi nicht unterscheiden können, das eine ist Fernsehen und quasi nicht so die Realität, wie sie ist. Und dann nicht aufpassen, dass sie sich vielleicht unter Wert verkaufen. Und ich finde das für die Jugendlichen und so viel zu viel. Finde ich total scheiße, wenn man in total Liebesfilm kommt und die lieben sich da und so weiter, ist okay. Aber nicht dieses Kommerzielle da. Auf jeden Fall, zu viel Sex in den Medien würde es auch sehr gerne ändern. Spezielle angreifen das Thema, aufgreifen auch. Eher, wenn irgendwie mit Sex Kontakt kommt oder so, feministische Pornos finde ich ziemlich cool auf jeden Fall. In dieser Richtung, also nicht dieses typische rein, raus, darauf fixiert sein und sowas. Und das finde ich schon ziemlich cool auf jeden Fall. Ich denke, dass in Deutschland da schon ganz gut drauf geachtet wird. Ich denke, dass Freiheit der Medien auch einfach eine journalistische Freiheit ist, die gewährleistet werden müsste. Und ich denke, dass alles, was wirklich nicht gesehen werden sollte, auch eben nach 11, 12 Uhr, wenn überhaupt ein Fernsehen stattfindet, insofern habe ich da kein Problem. Ja, liebe Zuschauer, die Meinungen waren ja doch sehr unterschiedlich. Aber so viel lässt sich mit Sicherheit sagen. Es wird bestimmt einige Leute geben, die die sympathischen Damen von Seite 1 vermissen werden. Mit viel nackter Haut geht es auch morgen bei uns weiter. In Hannover wurde jetzt der schönste Mann gesucht. Und der Weg zu dem Titel Mr. Hannover ist anstrengend. Wer am Ende das Rennen gemacht hat, das erfahren Sie natürlich nur, wenn Sie morgen wieder einschalten. Bis dahin, Ihnen noch einen schönen Tag und tschüss. Bis dahin, Ihnen noch einen schönen Tag und tschüss.